Für mich ist die CX-Strategie ja manchmal eher so wie der JETI. Die einen sagen, die gibt es gar nicht und Einzelne meinen sogar, sie haben sie sogar schon gelesen. Ihr sagt, dass in immer mehr Unternehmen eine Strategie vorliegt. Warum ist denn eine CX-Strategie denn erstmal so generell so wichtig? Die gibt Richtung. Was wir festgestellt haben, ist, die vereint einfach verschiedene Aspekte und verschiedene Anforderungen, die an das Thema CX gestellt werden. Das ist zum einen natürlich die Anforderung aus der Kundschaft, positive langfristig nachhaltige, positive Erlebnisse zu haben und entsprechend auch eine gute Kundenerfahrung zu haben. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch den Anspruch des Unternehmens, was meistens Geld verdienen will. So eine CX-Strategie bringt diese beiden Ziele übereinander. Die sind ja nicht unbedingt konträr, aber die müssen koordiniert werden.